Die 10 meistbesuchten Webseiten im Internet. Website. Google. Ist Nummer 1. YouTube. Ist Nummer 2. Wikipedia. Ist Nummer 5. Google Übersetzer. Nee. Twitter. Ist Nummer 6. Instagram. Ist Nummer 7. Yahoo. Nee. Ah. Wo kaufst du ein? Amazon. Ist Nummer 4. Wo kannst du Sachen verkaufen? Ebay. Ist Nummer 10. Lieferando. Nee. Bei Nummer 9 kannst du dir Sachen ansehen. TikTok. Nee. Längere Sachen. Wow, wow, wow. Nein. Ein Film. Netflix. Ist Nummer 9. Disney. Nö. Das nächste ist noch für die Älteren unter uns. Myspace. Nee. Ist nur das erste dicke Social Media Programm. Facebook. Ist Nummer 3. Das letzte hat auch nochmal mit Communities zu tun. Ah. Omegle. Nee. Beginnt mit R. Reddit. Ist Nummer 8.